Im Dezember 2015 wurde im Silicon Valley ein Forschungsinstitut gegründet mit dem Ziel, der Menschheit eine generelle künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Die Rede ist von OpenAI und in diesem Video geht es darum, was genau dahinter steckt, was OpenAI für die Forschung macht und welche Kritik dieser Unternehmung nahegelegt wird. Fangen wir an bei der Gründung. Gegründet wurde OpenAI am 11. Dezember 2015 in den USA von einer regelrechten Star-Besetzung. Der wohl bekannteste Gründer des Forschungsinstituts ist, wer hätte es anders sein können, Elon Musk. Unternehmer, Milliardär und was auch immer aktuell bei Twitter. Sam Altman gehört ebenfalls zu den Gründern. Dieser ist der ehemalige Präsident von Y-Combinator, eines der bekanntesten Gründerzentren der USA. Ebenfalls an Bord ist Greg Brockman, der ehemalige Chief Technology Officer von Stripe. Auch sind natürlich einige Forscher mit von der Partie, darunter Ilya Sutzkever, Forscher im Bereich Machine Learning und einer der Autoren des AlphaGo Papers. AlphaGo war ein Computerprogramm, welches das Brettspiel Go beherrscht und im Hause DeepMind, später aufgekauft von Alphabet, entwickelt wurde. Neben Ilya Sutzkever waren noch Wojciech Zaremba, Forscher im Bereich Deep Learning und ehemals bei Facebook, Google und Nvidia, sowie John Shulman, Forscher im Bereich Reinforcement Learning, Teil des Gründungsteams. Zur Gründung wurde OpenAI stolze 1 Milliarde US-Dollar an Startkapital zur Verfügung gestellt. Diese Summe kam unter anderem durch die Gründer selbst, aber auch durch andere Personen und Institutionen wie Peter Thiel oder den Amazon Web Services zustande. OpenAIs Ziel? Eine der führenden Forschungsinstitutionen für künstliche Intelligenz zu sein und mit den Forschungsergebnissen der Menschheit zu dienen, ohne von finanziellen Bedingungen beeinflusst zu werden. Eine stolze These, die sich im Kern bis heute bewahrheitet, allerdings in Bezug auf das Finanzielle Stück für Stück anfängt zu bröckeln, aber dazu später mehr. OpenAI kommuniziert ihre Forschungsergebnisse vor allem über den firmeneigenen Blog. Natürlich werden von den einzelnen Forschern auch wissenschaftliche Paper erstellt, aber seien wir ehrlich, die breite Masse liest das natürlich nicht. Auf den Blogs finden sich präzise, geschriebene und adressatengerechte Artikel wieder, welche die aktuellen Ergebnisse auf wenige Absätze Text runterbrechen. 2016 stellte OpenAI eine Art Toolkit für Entwickler zur Verfügung, um die Entwicklung von Reinforcement-Learning-Algorithmen zu verbessern. Das Projekt hieß damals OpenAI Gym und gibt es immer noch, allerdings unter dem neuen Namen Gymnasium und unter einem neuen Besitzer, da das Projekt abgegeben wurde. Grundsätzlich geht es beim bestärkenden Lernen um eine Ansammlung von Methoden im maschinellen Lernen, wo ein sogenannter Agent selbstständig eine Strategie erlernen muss, um zu erhaltende Belohnungen zu maximieren. Dabei wird nicht definiert, welche Strategie die beste ist, der Agent muss durch die Interaktion mit seiner Umwelt lernen, welche Aktion in welcher Situation die beste ist. Genau hier trifft es auch den Namen Reinforcement-Learning. 2017 veröffentlichte OpenAI ein Bot, welcher selbstständig in der Lage ist, eine Runde Dota 2 zu spielen. Dota 2 ist ein Spiel aus dem Genre Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, und gehört zu den meistgespielten Titeln auf Steam. Ziel ist es, den sogenannten Ancient, also das Hauptgebäude der gegnerischen Fraktion, zu zerstören. Aber wie auch immer Dota 2 genau funktioniert, das Beeindruckende daran ist, dieser Bot hat es geschafft, gegen einige der besten Spieler zur damaligen Zeit zu gewinnen. Es war sehr beeindruckend, welche spielspezifischen Mechaniken der Bot berücksichtigt hat und wie dieser in der Lage war, in diesem komplexen Spiel die richtigen Entscheidungen zu treffen. 2018 ist ein bedeutendes Jahr für OpenAI. Zunächst einmal aufgrund der Veröffentlichung der OpenAI Charter, eine Ansammlung an Werten und Prinzipien, die es zu beachten gilt bei der Ausführung von OpenAIs Mission. Die genaue Charter ist nicht veröffentlicht, allerdings ist in einem Blogbeitrag geschrieben, was die wesentlichen Kerninhalte dieser sind. Die Charter besagt, dass jeglicher Einfluss von OpenAI auf eine allgemeine künstliche Intelligenz zum Vorteil aller benutzt werden soll und diese unter keinen Umständen Schaden anrichten darf. Ebenfalls geht es um die Sicherheit der Forschung bezüglich AGI. OpenAI sei besorgt, dass eine späte Phase im Rennen nach der allgemeinen künstlichen Intelligenz ein kompetitives Wettrennen werden könnte, ohne passenden Sicherheitsmaßnahmen. Falls ein anderes Institut es schafft, vor OpenAI kurz vor dem Durchbruch zu stehen, möchte OpenAI das Projekt unterstützen und keinen Konkurrenzkampf anzetteln. Zwei Absätze finden sich noch über Technical Leadership und Cooperative Orientation. OpenAI muss immer auf den neuesten Stand sein, was Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz angeht, um erfolgreich den Einfluss einer allgemeinen künstlichen Intelligenz adressieren zu können. Ebenfalls möchte das Institut sich mit anderen Forschungslaboren kooperativ verhalten und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Inwiefern sich diese Charter bewahrheitet, erfahrt ihr noch später im Video. Die Charter war aber ein Schritt in Richtung Transparenz nach außen, aber neben dieser Charter ist noch was anderes Medienwirksames passiert. Elon Musk verlässt nach knappen zwei Jahren bereits die Leitung von OpenAI. Elon Musk habe die Leitung verlassen, nachdem es anscheinend einige Meinungsverschiedenheiten gab und er sich stärker auf Tesla und SpaceX konzentrieren müsse. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Demnach gab es Konkurrenzkämpfe beim Anheuern talentierter Forscher. Im Juni 2017 hatte Tesla einen bekannten AI-Forscher namens André Capalfi eingestellt, welcher zuvor als Forscher bei OpenAI tätig war. Capalfi wurde anschließend Director of AI and Autopilot Vision. Im Rahmen von Elon Musks Verlassen wurden gleichzeitig neue Spender angekündigt und die Leitung wurde angepasst. Unter dem Namen befindet sich unter anderem, und den dürften einige Gamer von euch kennen, Gabe Newell. Das hätte ich nicht erwartet. Kommen wir zu 2019 und meiner Meinung nach der kontroversesten Änderung von OpenAI, die Restrukturierung zur Limited Partnership. Ab hier beginnt der Teil, wo das Open in OpenAI nicht mehr ganz so open ist, wie es in der Gründung 2015 angekündigt wurde. Das Forschungslabor möchte in Zukunft in einem begrenzten Umfang gewinnorientiert arbeiten. Aus einer Non-Profit-Unternehmung wird also nun ein For-Profit-Unternehmen. Ziel dahinter ist es, mehr Investoren anzulocken, um die Forschung finanzieren zu können und gleichzeitig den Investoren einen Anreiz zu geben, dass das Geld nicht komplett für die Tonne ist. Wir reden hier von einem sogenannten Capped-Profit-Modell. Gewinne der Investoren sind maximal auf das Hundertfache ihrer Investition gedeckelt. Es gibt keine genauen Zahlen für die Kosten von OpenAI. Um aber einen Maßstab zu bekommen, kann man sich das Forschungslabor DeepMind von Alphabet, also Googles Mutterkonzern, anschauen. Diese hatten 2016 einen Verlust von 164 Millionen US-Dollar vor Steuern und 2017 waren es sogar 368 Millionen US-Dollar. Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz ist sehr teuer, vor allem mit dem Modell von OpenAI, welches Probleme vor allem versucht mit vielen Rechenressourcen zu lösen. Diese neu gegründete Limited Partnership wird allerdings von einer Dachorganisation reguliert, die wiederum Non-Profit ist. Damit soll die Steuerung des Unternehmens also frei von Einfluss von Kapital sein. Zumindest ist das der Plan. Einige Monate nach der Restrukturierung in einer LP hat Microsoft eine Milliarde US-Dollar in OpenAI investiert. Kommen wir nochmal zurück auf die Deckelung der Investition. Wenn Microsoft also eine Milliarde US-Dollar investiert, dürfen daraus maximal 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Also quasi nichts. Einige Produkte von OpenAI sind bereits in Produkten von Microsoft verfügbar, wie beispielsweise GitHub Copilot, ein Tool zur automatischen Vervollständigung von Source-Code basierend auf dem OpenAI-Codex-Model. Dieses Modell versteht natürliche Sprache und wandelt diese in Code in verschiedensten Programmiersprachen wie Java, PHP, TypeScript oder Go oder ganz vielen anderen Sprachen um. OpenAI-Codex wurde allerdings erst 2021 angekündigt. Sorry fürs durcheinanderbringende Timeline, machen wir erstmal weiter. Im weiteren Verlauf der Jahre bringt OpenAI immer weitere Forschungsergebnisse und langsam auch neue Produkte auf den Markt. Der Start macht die OpenAI-API, welche im Juni 2020 angekündigt wurde. Mit dieser API hat jeder über eine strukturierte Schnittstelle Zugriff auf die Modelle von OpenAI. Es wurde sich dazu entschieden, diese API als kommerzielles Produkt herauszubringen, um so weiter die Forschung finanzieren zu können. Es wurde sich ebenfalls aktiv dagegen entschieden, die Modelle als Open Source zu veröffentlichen, da es sehr schwierig ist, diese tatsächlich zu betreiben und es somit nur großen Unternehmen einen Nutzen bringen würde. Mit dieser API hat jeder die Möglichkeit, ein Produkt auf Basis von GPT-2 und später dann GPT-3 zu entwickeln. Duolingo nutzt beispielsweise die API, um Verbesserungen französischer Grammatik anzubieten. Ein weiteres Produkt ist der vorhin erwähnte GitHub Copilot und es gibt allgemein sehr viele Einsatzmöglichkeiten für die Modelle von OpenAI, unter anderem für Zusammenfassungen, Klassifizierungen oder das Verarbeiten von unstrukturierten Daten. 2021 wurde Doll-E veröffentlicht. Mit Doll-E ist es möglich, anhand eines Textes verschiedenste Bilder zu generieren. 2022 kam dann mit ChatGPT ein Sprachmodell zum Vorschein, welches Unterhaltungen unterstützt und anhand des Kontexts und Folgefragen auf Anweisungen reagieren kann. Darüber habe ich bereits am Video gemacht und über die Vor- und Nachteile gesprochen und was das Ding genau kann und was es eigentlich nicht kann. Gut, nachdem ich nun ein wenig über die Geschichte von OpenAI erzählt habe, mit einem eher neutralen Auge, natürlich leicht subjektiv und einem leichten sarkastischen Unterton meinerseits, möchte ich nun über die Wahrnehmung von OpenAI im Generellen sprechen und auch einige Kritiken äußern. Ich bin niemand, der auf Zwang irgendwo einen Haken finden möchte. Es existieren tatsächlich auch gute Dinge auf dieser Welt und ich bin der Meinung, dass OpenAI gute Intentionen hat, aber auch die beste von denen ist nicht ganz weiß. Fangen wir bei der Wahrnehmung von OpenAI an. Ich als Endkonsument bin total begeistert von dem Unternehmen. Künstliche Intelligenz ist für mich etwas Magisches, etwas, was ich nicht ganz greifen kann. Ich gebe GPT-3 eine simple Anweisung und bekomme ein Ergebnis zurück, was von einem Menschen hätte stammen können. In einem sehr guten Artikel des MIT Technology Reviews von Karen Howe schwebt aber eine ganz andere Stimmung. Dort heißt es, es bestehe eine Diskrepanz zwischen dem, was das Unternehmen öffentlich verkünde und dem, was es hinter verschlossenen Türen tatsächlich mache. Auf der einen Seite haben wir den Umstand mit der Restrukturierung zur Limited Partnership. In einer Welt voller Profitorientierung hat OpenAI damals mit dieser Aktion ein Example statuiert. Doch seit der LP sei die Atmosphäre bei OpenAI eine völlig andere. Plötzlich wird der Druck, mit AI Geld zu verdienen, immer größer und das sieht man auch an den Produkten, die angeboten werden. Klar, auf der einen Seite muss die Forschung finanziert werden. Allerdings stehen einem jetzt auch Investoren im Nacken, die Ergebnisse sehen wollen. Auch wenn die LP von einer Non-Profit geleitet wird, so hat das Investorengeld natürlich auch indirekt Einfluss auf die Menschen, die in der Leitung stehen. Kapital beeinflusst immer. Das gehört dazu. OpenAI stand damals im Gegensatz zu DeepMind. Dort hatten Forscher nicht immer die Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Das wirtschaftliche Interesse der Firma, diese Informationen geheim zu halten, stand im Vordergrund. Nun hat auch OpenAI begonnen, ihre Forschungsergebnisse immer mehr für sich zu behalten, weil einige Ergebnisse als kompetitiven Vorteil angesehen werden. Mitarbeiter durften über ausgewählte Themen nicht sprechen und mussten ein NDA unterschreiben, sobald sie das Institut verlassen haben. Es gab ein Schiff zwischen Transparenz ist das, was angeschrieben werden sollte, zu Mittlerweile, wir sollten in unserem Tun geheim bleiben, da wir so die bestmöglichste AGI entwickeln können. Erinnert ihr euch noch an die Charter? Dass kompetitive Situationen vermieden werden sollten? Diese Meinung wird anscheinend nicht mehr ganz so stark vertreten. Und apropos Charter, wusstet ihr, dass diese einen aktiven Teil der Vergütungsstruktur ausmacht? Nach der Umwandlung in eine Cap-Profit-Organisation wurde die Vergütungsstruktur der Mitarbeitenden angepasst. Neben Kriterien wie Engineering Expertise und Research Direction untermalt die letzte Spalte die kulturellen Erwartungen an die Belegschaft. In dem Artikel des MITs sind drei Beispiele genannt. Level 3, sie verstehen und verinnerlichen die OpenAI Charter. Level 5, sie stellen sicher, dass alle Projekte, an denen sie und ihre Teammitglieder arbeiten, mit der Charter übereinstimmen. Und Level 7, sie sind dafür verantwortlich, die Charter aufrechtzuerhalten und zu verbessern und andere in der Organisation dafür verantwortlich zu machen, dass sie dasselbe tun. Je höher du aufsteigst, desto stärker musst du für die Werte und Prinzipien von OpenAI stehen. Ich will das nicht bewerten, aber es hat schon ein, ich sag mal, Geschmäckle, wenn die Zugehörigkeit zur Kultur und die Bemessung dieser einen Einfluss auf meine Vergütung hat, auch wenn ich diese Kriterien nachvollziehen kann. Also, was ist mein Fazit? Es ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, AI-Systeme zu entwickeln und sicher zu gestalten. Sicherzustellen, dass diese menschliche Werte widerspiegeln, die Fähigkeit haben, die Logik hinter ihren Entscheidungen zu erklären und zu lernen, ohne Menschen Schaden zuzufügen. OpenAI ist ein Unternehmen, welches beachtliches geleistet hat und in Zukunft mit Sicherheit noch für einige Durchbrüche sorgen würde, auch wenn es auf diesem Feld natürlich nicht alleine unterwegs ist. Meiner Einschätzung nach genießt OpenAI einfach nur die meiste mediale Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz sollte man sich trotzdem im Hinterkopf behalten, dass auch OpenAI mittlerweile ein Unternehmen ist, welches sich der Macht des Kapitals beugen muss, auch wenn viel getan wird, um die Wirkung davon so niedrig wie möglich zu halten. Eine unabhängige Forschung in dieser Größe und mit diesem Tempo aufrecht zu erhalten, scheint ein sehr schweres Ziel zu sein. Ich bin gespannt, wohin die Reise hingeht und hoffe, dass sich OpenAI trotz dieser Änderungen und einigen fragwürdigen Handlungen an ihre Versprechungen aus der Gründung und der Charta halten kann. Aber jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von OpenAI? Sagt ihr, hey, es ist gut, egal ob die damit Geld verdienen wollen oder nicht? Oder sagt ihr, hey, guck mal, das sollte unabhängig sein, künstliche Intelligenz kann gefährlich werden, wenn das nicht ordentlich überwacht wird. Da sollten die Universitäten ran und öffentliche Einrichtungen. Auf eure Meinung bin ich gespannt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schaut gerne das Video über ChatGBT an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.